Mein Name ist Vera, Gottliebe Anna von Lehndorf. Berühmt geworden bin ich aber als Veruschka. Ein Name, den ich mir gab, weil Vera als Model keinen Erfolg hatte. Schon bis 1970 war Veruschka auf über 800 Titelblättern zu sehen. Danach folgt noch einige mehr. Mit 14 war ich ein Fohlen, stark sich und unbeholfen mit riesen Füßen. Nachdem ich in der Schule Pippi Langstrumpf hieß oder Storchem Salat, wurde ich nun gerade wegen meiner langen Beine berühmt und wegen der vielen Haare. Zum ersten Male begegnete ich Salvador Dali in seinem Haus in Spanien Anfang der 60er Jahre. Du bist ein Augenblick auf was passiert in einem Welt, wo die schönsten und die bizarren neue Formen nehmen. Ja, die erste Körperbemalung habe ich gemacht, als ich mit Peter Beard nach Afrika fuhr für Queen Magazine. Peter Beard hat uns immer in die gefährlichste Gegenden gebracht. Also wir hätten auch von der Reise nicht zurückkommen können, weil es war immer Flucht vor Elefanten und Löwen. Newton sagte einen Tag zu mir, wir arbeiten für den Trash. Und er war richtig. All unsere Bilder enden in Trash und Garbage-Bags. Das sind die meisten von den Magazinen, all die Pages und Pages und Pages von deinem Gesicht. Das ist die meisten von der Reise, wo die Pages und Pages und Pages und Pages und Pages und Pages und Pages.